Ja, gut, dann fangen wir jetzt einfach an, damit wir jetzt hier auch gut über die Bühne fliegen. Ja, wir sind ein Flugblatt aus... bisschen weiter weg. Ich muss ja auch eine Band jetzt imitieren, ich bin ja jetzt alleine. Das erste Stück heißt Bis hin und handelt davon, dass Plattensammlungen nicht den Alltag schön machen können. Das erste Stück heißt Bis hin und handelt davon, dass Plattensammlungen nicht den Alltag schön machen können. Bis hin und handelt davon, dass Plattensammlungen nicht den Alltag schön machen können. Bis hin und handelt davon, dass Plattensammlungen nicht den Alltag schön machen können. Bis hin und handelt davon, dass Plattensammlungen nicht den Alltag schön machen können. Bis hin und handelt davon, dass Plattensammlungen nicht den Alltag schön machen können. Bis hin und handelt davon, dass Plattensammlungen nicht den Alltag schön machen können. Bis hin und handelt davon, dass Plattensammlungen nicht den Alltag schön machen können. Bis hin und handelt davon, dass Plattensammlungen nicht den Alltag schön machen können. Und ich war gar nicht passiert, und das wollte ich nicht. Das ist das erste Mal seit anderthalb Jahren, dass ich wieder auf so einer Bühne stehe. Das ist ziemlich ungewohnt und unheimlich. Das nächste ist ganz alt. Ja, es handelt von Verlusten, so wie alles. Ich verliebe mich. Ich verliebe mich. Was ist das dann, weshalb ich steh, bin ich zu schnell für die Idee, die mich nicht Willst du dich aus, lass mir sagen, wie es dir, gleich zu mir Vielleicht kannst du dich nicht verstehen, das Stechen in der Brust, ich fahr voll allein Und die Idee, ob sie so gut war, der Fall war, denn mein Schein wird nur so ernst Ich bin so schnell, wo ich bin, wo ich bin, wo ich bin, wo ich bin Ich bin so schnell, wo ich bin, 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 wo ich bin Musik Ich verzichte heute darauf, ein politisches Ziel zu spielen, denn es hat die Ben-Turbo-Pacher-Tose-Tore, ich glaube alle wissen, der Kampagne ist schon sehr schön getan, deswegen, ich glaube nicht, so zu sagen. So, dass das fröhlich ist. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.